Wenn du dich aus der Bronze Liga hochspielen willst, dann reicht es eigentlich vollkommen aus, wenn du einen Specialist spielst und einfach nur soaks, einfach nur zwischen den Lanes hin und her gehst und die Lane XP holst, weil darauf achten die Bronze Leute überhaupt nicht. Gar nicht. Aus deinem Team nicht und aus dem Gegnerteam auch nicht. Aber wenn du darauf achtest, kannst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass dein Team im Level vorne ist und so kannst du dann das Spiel gewinnen. Schneller Level 10 sein, Ulti haben und so und dann schneller 20 sein. Das ist zwar langweilig und ein bisschen nicht so viel Action, sage ich jetzt mal, wie Li Ming oder Kerrigan zu spielen. Er ist ja normal als Specialist. Ja, aber dann kommst du höher. Also wenn du mal einen Gzul oder... Ich habe eben den Asmo gespielt. Ja, oder Asmodan. Ganz gut. Genau, der eignet sich auch super dafür. Genau, und dann gehst du einfach zwischen zwei Lanes hin und her, wie ich das auch mache, wenn wir Team Liga spielen. Da bin ich ja auch meistens dazu abgestempelt mit dem Gzul zwischen zwei Lanes hin und her zu gehen, während ihr zu viert Spaß habt. Ah, es ist halt einfach so krass, wenn einer soakt und der Rest des Teams Action macht. Das ist momentan eigentlich schon fast das Beste, was du machen kannst. Ah, wir haben Afkala im Team. Oh ja, der Waller kann ich jetzt schon schön abziehen. Äh, ich muss mal runter gucken, was ich da machen kann. Ach scheiße, Serratul hat mich gesehen. Ja, jetzt haben sie mich alle gesehen. Ah, klar. Wo immer ich gebraucht werde. Nein. 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 Schickst du von einmal daneben. Hier ist was los. Aufpassen, Serratul, sie sieht mich. Siehst du, was ich meine? Das hier ist wieder so ein typisches Bronzespiel. Keiner war Top, keiner war Bot, alle sind die ganze Zeit in der Mitte. Und das hast du auf Bronze in der Heldenliga die ganze Zeit. Scheiße, die Nova ist einfach stehen geblieben. Aber sogar auf Silber und Gold, also das ist kein riesen Unterschied. Oh, komm her. Lecker. Hm. Ach. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Das war eine ausgezeichnete Hype mit klarem Ziel. Hihi. Tötet sie! Nice. Gott ey. Das war echt ein komisches Spiel. Sag ich ja, und wenn ich jetzt nicht topsocken würde, und unten ist auch keiner, siehst du was ich mein? Normalerweise, aber die Gegner sind ja genauso schlecht. Aber normalerweise müsste man jetzt schon höher im Level sein. Jetzt war ich zu gierig. Oh, ich auch. Und die Olle wegpeitschen. Oh, die Aumel. Erlöst sie doch jemand von den beiden. Ja, ich hab auch gedacht, komm, einmal peitschen und dann weglaufen. Aber, komm sofort alle drauf. Das war ne doofe Idee. Mann. Und hier unten reißen sie ein. Alter Schwede. Meine Grabkammer, nicht deine. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja. Eine würdige Aufgabe. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, der Serhatu hat mich gesehen. Ah, die wollte ich nur locken. Und mit Lowlife da rumrennen. Kaliber Drölf heißt der. Bin ich ein bisschen scheiße, weil ich seh dieses Schimmern hier irgendwie überhaupt, also fast gar nicht. Echt? Weiß nicht woran das liegt. Vielleicht irgendeine Grafiteinstellung, keine Ahnung. Wenn das Bild stillsteht, dann seh ich es. Oh Gott, es sind mir zu viele hier. Oha. Das ist ne harte Runde. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aaaaaaah Das war's für heute. Nero Ach man, ich laufe da auch noch rein Keine Ahnung wo die herkam Ich gehe ja In der Ehr Oh man Doppel kill Eure leges Licht ist der losch Blut Ich bin meine Wichtig 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 Der Komische Spiel hin und her... und hin und her.... Ich habe überhaupt keine Ahnung wie das ausgehen könnte Im Moment sieht es ja ganz gut für uns aus Achja hab ich Noura vermisst. Hm. Ah, man. sehr schön chaos ich habe ja auch noch fünf dinge aus Das ist Zeratou und der Nova, einer von beiden, ich habe es gesehen Achtung Scheiße, mir passiert Hoffentlich bemerkt die mich nicht Soll ich mich trauen, soll ich mich trauen Weiß ich nicht Das Licht des Kristallbogens erstrahlt erneut Sollte die mir bei mir mal helfen würden Weiß was für heimtückige Scheiße die er vor hat Wir haben euer Versprechen erfüllt Eine Magie und Anzieh Geht hin, meine Lieber, metzelt ihre Feinde nieder Oha, da will aber jemand Gut Jejejejejej Oha, ich bin merktyrt, ich bin merktyrt, ich bin merktyrt, ich bin merktyrt, ich bin männer Die Gier, die Gier. Eine Macht schwindet zusammen in der Juwelen, oder stellt euch meinem Zaun. Oh mein Gott. Das soll geniehen. Seid frohen Mutes. Ein wohlverdienter Sieg. Wohl an. Die Gier, die Gier, die Gier, die Gier, die Gier. Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Ich habe es versucht. Auf jeden Falle und eins. Die Gier sind ein Schicksal. Da siehst du gut. Die Gier ist genauso gut. Die Gier, die Gier, die Gier, die Gier. Der Gier ist eine riesige Geier. Okay. Dann wird euch kein Neid geschehen. Und gepeitscht. Oh, danke. Schade, dass einer weggekommen ist unten. Was in jeder Hinsicht wäre. Ja, protect ihn, aber keine Sau kommt mit oder was? Ach, es ist halt schon. Ja. 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 Das ist doch nicht wahr Mein 7 soll euer Schicht werden Mein Gott Ziemlich nice geblockt Nee du Ich sehe schon Grafikfehler Was fühl ich denn da hinten? Ne du, da mach ich nicht mit Das kristall wird uns erstrahl erneut Nein, wir haben einen Boss. Oh, Snowball, wo ist die? dann mach du mal ich kann ja nicht wirklich helfen dr li ming kann die leute abholen krass hm ich hab gesehen hab ich gesehen, war echt nass höchst erfreulich ich bin geheilt seid ohne der koa ist doch fast dauuun ja, wären alle mitgekommen mit dem boss, wärs vorbei gewesen hm und 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 Alter. Geil. Hat gut 8 mal gestorben dafür auch. Aber in so einem Spiel. Ohne Tank. Schon gut. Ja, ich mag die Nora. Ja, ich werde auch ins Bett gehen. Ja, ich hab jetzt auch...